Musik Heute ist es endlich soweit. Heute dürfen wir mit zur Polizei. Ja, das wird besonders cool. Ich freue mich auch schon drauf. Lasst uns gleich losgehen. Hat Papa dir irgendwas verraten, was wir dort machen werden? Nö, mir noch nicht. Ich glaube aber, dass es was ganz Besonderes wird. Wir dürfen irgendwie mit dem SEK mitgehen. Ich glaube, das wird besonders spannend. Kommt, die warten bestimmt schon. Wo sollen wir denn überhaupt hinkommen? Ähm, gute Frage. Etsy? Wir sollen zur Polizeistation kommen. Zu welcher? Die eine ist doch abgebrannt. Anscheinend hat die Feuerwehr da irgendwas geregelt. Es scheint wieder alles zu funktionieren. Echt? Ja gut, dann würde ich sagen, keine Zeit verlieren und ab zur Polizei. Der Einsatz wird bestimmt spannend genug. Das glaube ich auch. Also gut, Robin. Ich würde sagen, ich kann dir dann die Polizeistation wieder übergeben. Echt? Das habt ihr aber echt ganz schön schnell hinbekommen. Vielen Dank. Wow. Das sieht alles wieder aus, wie es beim letzten Mal war. Klasse. Ja, ihr müsst aber trotzdem aufpassen. Einen weiteren Brand, das verkraftet diese Anlage hier nicht mehr. Dann müsst ihr das ganze Mo-Haus abreißen. Was? Okay, wir werden aufpassen. Habt ihr das gehört? Keine Dummheiten mehr. Ansonsten verlieren wir die Polizeistation. Oh ja, es ist in Ordnung. Wir passen auf, Robin. Ja, ich pass auf. Wir zwei müssen sowieso gleich nochmal reden. Es ging ja alles auf deine Kappe. Ja, es tut mir leid. Ich wollte das ja eigentlich nicht. Trotzdem müssen wir zwei gleich nochmal reden. Okay, alles klar. Wow. Robin ist echt jedes Mal wieder beeindruckend. Ein toller Typ. Und ein toller Polizist. Wir machen uns dann mal wieder auf den Weg. Ich hoffe, wir sehen uns so schnell nicht wieder. Das hoffe ich auch. Gut, dann bis wann auch immer. Genau. Ciao. So, jetzt kann die Streifenpolizei ja auch wieder auf ihr Revier gehen. Und das SEK bleibt hier. Denn denkt dran, wir haben heute den Probeeinsatz mit den Kindern. Ach, das war heute. Okay, dann machen wir uns schon mal bereit. Alles klar. Und der Rest der Streifenpolizisten ab zurück auf euer Revier. Wir gehen schon. Los, Jungs. Abmarsch. Und Frauen natürlich auch. Ladies, Abmarsch. Streifenpolizisten. Als ob wir etwas Schlechteres sind. Das ist halt nun mal unser Beruf. Wir sind keine SEK-Beamte. Ja, aber irgendwie hört es sich komisch an. Streifenpolizisten. Naja, ist auch irgendwie ein bisschen seltsam. Ich glaube, jeder Polizist würde gerne beim SEK sein. Aber die meisten schaffen es halt einfach nicht. Da hast du recht. Das kriegen die meisten einfach echt nicht hin. Genauso wie ich. Robin, wenn ich irgendwas für dich tun kann, sag mir einfach Bescheid, okay? Ja, klar. Danke für das Angebot. Wenn ich mal wieder einen guten Fluch brauche, sage ich dir Bescheid. Perfekt. Ich würde alles für dich machen. Okay. Ähm, Robin, kommst du mal rüber? Ich komme. Hab mich gefreut. Wir sehen uns später. Bis später. Bevor ich dich jetzt hier deiner Romanze störe, sollen wir zu dem Einsatz echte Waffen mitnehmen oder nicht? Wir nehmen sie mal mit, aber natürlich werden wir sie nicht benutzen. Alles klar. Fred, die echten Waffen. Okay. Hab verstanden, Langfinger. Mann. Du, du bei der Polizei. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich auch nicht, mein Freund. Ich auch nicht. Gut, Robin, dann gehe ich auch mal zurück. Nein, nein, Linus, du bleibst mal hier. Du bleibst jetzt bei uns. Du wirst jetzt ausgebildet zum richtigen Spezialisten. Du musst nicht mehr zurückgehen. Du bleibst beim SEK. Echt? Sehr cool. Da freue ich mich drauf. Wie viele Männer sollen wir eigentlich mitnehmen zum Einsatz? Ich denke, das Standardteam reicht. Also du kommst mit, ähm, Truck und Trick. Ja, und ich glaube, der Rest von euch kann hier bleiben. Okay, dann gehen wir zurück auf Station. Kann ich auch mitkommen? Okay, Linus, du kannst auch mit. Aber das war's dann. Zu fünft, das reicht. Okay. Dann treten wir mal an und der Rest geht auf Wache. Okay. So, jetzt wäre das Team hier aufgestellt. Dann müssen wir nur noch auf die vier warten und dann können wir gleich zum Haus fahren. Zum Glück stellen meinen Eltern das Haus zur Verfügung. Ansonsten müssen wir wieder auf irgendeinen Trainingsplatz gehen. Ach, da hinten kommen sie ja auch schon. Mann, ey, immerhin wird Linus bevorzugt. Ich gönne es ihm einfach nicht. Ich werde mich dafür rächen. Ich will auch so einen coolen Job haben. Hey, was machst du denn noch da hinten? Zurück zur Wache. Ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. Ich hatte was vergessen. Los jetzt, hopp, hopp. Ja, ich beeile mich ja schon. Genau das weine ich. Das zahle ich ihm heim. Herr Polizist, wir melden uns zum Dienst. Haha, guten Morgen, ihr vier. Sehr gut, dann können wir auch gleich losfahren. Wisst ihr denn, was wir heute schon geplant haben? Nein, Herr Kommandant. Nein, wir wissen nichts. Was ist denn geplant? Erzähl uns mal was davon, Robin. Los, los, los. Ein Satz, ein Satz, ein Satz. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich erzähl's euch ja. Also gut, wir fahren gleich zum Haus meiner Eltern. Och nee, wir wollen keinen Familienbesuch machen. Jetzt wartet doch mal. Okay, erzähl mir ja. Ein Satz, ein Satz. Ist ja gut, ist ja gut. Alle ruhig bleiben. Wir gehen zum Haus meiner Eltern und üben dort, einen Einbrecher zu fangen. Wenn er im Haus ist, dann werden wir das Haus zusammen stürmen. Wie hört sich das an? Schon deutlich cooler. Los geht's. Hoffentlich müssen wir den Einbrecher nicht fangen. Ja, genau. Das wäre echt zu gefährlich, Papa. Das können wir nicht machen. Ach Quatsch, ihr sollt auch nur zugucken. Ihr sollt nicht den Einbrecher fangen. Dass das klar ist, ihr kommt nur mit. Ihr fangt ihn nicht, okay? Ja, ja. Team Bell, ähm, wir machen nichts. Wir machen auf keinen Fall was. Okay, ich hoff's. Gut, Jungs, dann holt mal das Fahrzeug, dann können wir losfahren. Wir fahren zum Haus von meinen Eltern und üben mal. Okay, Robin, wir holen das Fahrzeug. Drack, holst du's? Na klar, ich brauche mich auf den Weg. Ich hol das Fahrzeug. Dann wünsche ich euch mal viel Spaß mit den Verrückten. Danke, danke. Oh Mann, hoffentlich sind sie nicht zu laut. Einsatz, Einsatz, Juhu. Einsatz, Einsatz, Einsatz. Einsatz, Einsatz. Wir fangen einen Einbrecher. Ruhig, Kinder, ruhig. Ihr fangt gar niemanden, ihr schaut nur zu. Okay, dann würde ich euch jetzt mal bitten, alle einzusteigen, Platz nehmen. Wir machen uns auf den Weg zum Haus. Einsatz, Einsatz. Oh Mann, das wird was. Hoffentlich halte ich das mit denen aus. Drack, schließt du die Tür bitte? Mach ich. Macht die Sirene an. Oh, die Sirene ist langweilig. Okay, die Sirene ist an. Fred, wir können losfahren. Okay, dann machen wir uns auf den Weg zum Haus. Alle gut festhalten. Juhu. Einsatz, Einsatz. Zum Glück sind wir mit einem anderen Auto gefahren. Ja, da hast du recht. Mit denen im Auto, das wäre bestimmt ganz schön anstrengend gewesen. Aber wo bleiben die denn? Die sind bestimmt noch unterwegs. Die Kinder haben bestimmt wieder rumgebrüllt. Und dann musst du das Auto anhalten. Einsatz, Einsatz, Einsatz. Einsatz, Einsatz. Juhu. Ich glaube, das war die anstrengendste Autofahrt in meinem Leben. Ja, das war echt super anstrengend. Na gut, komm, wir machen uns mal auf den Weg. Da vorne stehen auch Langfinger und Trick. Dann können wir mal mit ihnen reden. Boah, das war anstrengend. Nichts wie raus hier. Ein Sitz, Juhu. Ein Sitz, ein Sitz. Kinder, es ist jetzt gut. Das war die anstrengendste Fahrt in meinem Leben. Seid ihr immer so laut? Na klar, wir müssen doch zeigen, dass wir uns freuen. Das glauben wir euch auch so. Dafür braucht ihr nicht die ganze Zeit, ein Satz zu brüllen. Okay, ab jetzt höre ich kein Ton mehr von euch. Ein Satz. Hey, Luna. Oh Mann, es tut mir leid. Sorry, aber wenn du sagst, du hast das letzte Wort, muss ich das letzte Wort haben. Okay, ein Satz. Es reicht jetzt. Mann, 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 Mann. Okay, Jungs, wir bereiten den Einsatz vor. Das müssten wir schnell hinter uns bringen. Ein Satz. Sorry, es tut mir leid. Und ich bin jetzt echt leise. Okay, letzte Ermahnung. Ansonsten fahrt ihr alle wieder nach Hause. Okay. Also gut, Langfinger, du spielst den Einbrecher, okay? War ja mal wieder klar, dass ich das machen muss. Aber okay, kein Problem. Gut, dann kannst du schon mal ins Haus gehen und dich irgendwo verstecken. Alles klar. Okay, dann müssen wir uns jetzt mal wirklich vorbereiten. Kommt mal hier rüber. Kinder, ihr kommt auch. Es geht jetzt los. Also, als erstes sage ich euch immer, was die Situation ist. Wir wurden jetzt hier hingerufen, weil ein Einbrecher im Haus ist. Wir wissen nicht, ob er bewaffnet ist oder nicht. Und deshalb sind wir gekommen. Okay, und wo ist der Einbrecher? Das ist jetzt unsere Aufgabe, es herauszufinden. Okay, aber passt auf, dass euch nichts passiert. Es ist nur eine Situation, die gespielt ist. Oh Mann, Luca. Jetzt habt doch keine Angst. Das Team bereitet sich jetzt unmittelbar darauf vor, dass wir in das Haus reingehen. Und als erstes stellen wir eine Formation vor der Haustür auf. Los, Männer, es geht los. Wie ihr sehen könnt, sichert einer schon mal den Blickwinkel von rechts und einer den Blickwinkel von links. Dass wir auch sehen, ob vielleicht schon irgendwo innen drin was zu sehen ist. Ob der Einbrecher vielleicht schon da ist. Wenn nichts zu sehen ist, stürmen wir rein. Denn dann ist erstmal freie Sicht und freie Fahrt. Wir kontrollieren natürlich auch, ob nicht irgendwo vielleicht eine Falle angebracht ist. In diesem Fall nicht. Dann gebe ich den Befehl. Wir gehen rein. Wir stürmen. Vorwärts, Männer. Wow, jetzt wird's spannend. Los, dann rein. Okay, Jungs, es geht los. Auf drei seid ihr bereit? Ja, ich bin bereit. Ich auch. Eins, zwei und drei. Wow, die haben sogar die Scheibe eingeschlagen. Das hätte eigentlich nicht passieren sollen. Verdammt. Kommt, Jungs, rein da. Los, 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 los. Raum 1 ist sicher, Raum 2 ist auch sicher, Küche ist auch sicher. Wir haben alles gesichert. So, nachdem das Stockwerk gesichert wurde, gehen wir natürlich jetzt ins nächste Stockwerk. Die zwei Kollegen warten auch schon an der Treppe und sichern, dass auch nichts von oben nach unten kommt, das uns überraschen könnte. Also, dann seid ihr bereit? Na klar, Team Bell ist bereit. Wir gehen weiter. Ich wette, er hat sich in der Dusche versteckt. Okay, Männer, wir gehen wieder ein Stockwerk hoch. Ja, vorrücken. Los, los, los. Wir gucken, ob er im ersten Stock ist. Weiter geht's. Okay. Und wie findet ihr es bis jetzt? Mega spannend. Robin, wir müssen aber weiter. Komm, wir gehen gucken, ob er oben ist. Sehr gut. Dann nichts wie hinterher. Jetzt überprüfen wir, ob er im ersten Stock ist. Und, Jungs? Balkon sicher. Erster Raum sicher. Baum 2 ist auch sicher. Wir müssen ein Stockwerk weiter hoch. Okay, dann rücken wir weiter vor. Die Treppe sichern. Die Treppe wird gesichert. Und wieso war jetzt einer auf dem Balkon? Er muss natürlich auch kontrollieren, ob da nicht vielleicht jemand ist, der sich dann über den Balkon abseilen will. Ach so, stimmt. Kommt, wir gehen weiter. Gleich haben wir ihn. Ja, genau. Dann nachrücken. Los, kommt, kommt, kommt. Wir haben ihn bestimmt gleich. Wir haben ihn in die Ecke getrieben. Er kann nur noch in den nächsten zwei Stockwerken sein. Äh, äh. Robin, wir haben was geortet. Hier oben wurde gehustet. Oh, okay. Kinder, los, nachrücken. Gleich haben wir ihn. Okay, Jungs. Passt gut auf. Ihr könnt euch hier schon um die Ecke stehen. Alles klar. Gut, dann rücken wir mal weiter vor. Gleich haben wir ihn bestimmt. Links um die Ecke ist alles sicher. Deckt mir die gerade Aussicht. Ich kann was sehen. Da hinten ist er. Los, nehmt ihn fest. Kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Nein, das werde ich nicht machen. Letzte Chance. Okay, okay. Sie haben ihn. Juhu, Langfinger wurde geschnappt. Du bist im Gefängnis. Gefängnis, Gefängnis. Hey, Kinder, es war nur eine Übung. Ich bin ein Guter. Gefängnis mit ihm. Nehmt ihn in Anstelle und bringt ihn ins Gefängnis. Ich bin ein Guter. Übung abbrechen, Übung abbrechen. Wir haben ihn geschnappt. Oh, stimmt. Jetzt waren wir schon wieder total im Film. Okay, da können wir ja jetzt rausgehen. Mir ist zu heiß hier drin. Ich wurde geschnappt. Kinder, das habt ihr toll mitgemacht. Gefängnis, Gefängnis. Und wie hat es euch gefallen? Das war super cool. Ja, das war echt mega cool. Vielen Dank. Kein Problem, Kinder. Immer wieder gerne. Das nächste Mal nehmen wir einen Einbrecher fest. Wir wissen ja jetzt, wie es geht. Denn Team Bell ist jetzt wieder für einen neuen Einsatz gerüstet. Bringt uns nur die Einbrecher. Wir schnappen sie alle.